In der Notaufnahme der Klinik am Südring hat der nächste Fall von Mediziner Frederik Seehauser den Wartebereich mit Styroporkügelchen ins Chaos gestürzt. Ach so, hier bin ich. Ist hier irgendwas explodiert oder was ist das? Ja, also wir haben das schon alles. Ach so, also es geht jetzt nicht um eine Anlieferung von irgendwas? Nein, das kann man in der Schockung. Es tut mir leid, ich bin in einem Logistikunternehmen und meine Tochter ist im Lager gestürzt und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Und deswegen sieht es jetzt hier so aus. Deswegen sieht die beiden aus wie eine Schneekuche. Okay, ich würde sagen, wir verlagen das Ganze mal in den Schockraum. Wenn du hier vorne so ein bisschen dann klar Schiff machen könntest, wäre super, weil es ist ja noch nicht Weihnachten. Also ich habe das jetzt noch nicht ganz verstanden. Wer ist jetzt wer und in welchem Zusammenhang stehen wir zueinander? Ich bin die Beatrice Schuster, das ist meine Tochter, die Ida und das ist mein Mitarbeiter der David Munz. Und genau, ich ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht genau, was hier passiert ist. Irgendwie ist es nicht schlüssig. Es ist, ich bin in einem Logistikunternehmen oder mir gehört ein Logistikunternehmen und meine Tochter wollte irgendwas im Lager machen. Aber so richtig weiß ich nicht. Dann klären wir es ganz normal auf. Frau Schuster hatte eine kleine Platzwunde im Hinterkopfbereich. Dies aber nicht zu unterschätzen, denn solche Platzwunden, bei denen treten häufig gerade im Kopfbereich die Symptome erst verspätet auf und können dann wirklich sogar dramatische Folgen haben. Deswegen mussten wir uns diese erstmal ganz genau anschauen. Das blutet so so ein bisschen. Frau Schuster, sagen Sie mal, wie ist das denn? Haben Sie denn Kopfschmerzen? Ist das ein bisschen schwindelig? Also so ein bisschen Kopfschmerzen. Okay, dann schauen Sie mich mal ganz kurz an und dann können Sie mir aus Ihrer Sicht mal bitte schildern ganz genau, wie das jetzt am Endeffekt dann alles abläuft. So ein Auge mal zu machen wieder. Auge wieder auf. Nein, nein, nicht so viel blinzeln. Auge zu. Auge auf. Okay, und die andere Seite nochmal. Und Auge auf. Okay. Neurologisch haben wir keine Auffälle bisher. Erzählen Sie mir mal, Frau Schuster, was denn genau passiert. Ich gucke in der Zeit und bischen mir einfach an, ob Sie irgendwelche Auffälligkeiten haben. Also ich war im Lager und ich wollte was nachgucken und ich bin irgendwie gestolpert und wollte mich, also er wollte mir helfen und ich bin dann aber am Regal, habe mich hochgezogen und dann ist das ganze Regal umgefallen und die Kiste, mit diesem ganzen Styropor auch auf. Auch auf Sie drauf. Okay. Und das Regal auch auf mich, ja. Okay, daher kommt die Platzzone im Kopf. Ja, das war das, also die Seite vom Regal ist hier dran geknallt. Okay. Und Herr Munz und Sie, Sie, was haben Sie da mit der ganze Sache zu tun? Ja, ich habe die Pakete eingeräumt und habe sie da ein bisschen bei unterstützt. Und dann wollten Sie eigentlich nur helfen, oder? Eigentlich würde ich zum Schluss nur helfen und dann ist das halt so passiert. Okay. Also Anna, hier oben müssen wir auf jeden Fall mal gucken, das können wir minimal versorgen. Ist das tief? Ja, das ist schon nicht ganz so ohne. Ich würde das auch gerne beobachten. Ich würde aber auf jeden Fall erstmal hier auf eine Bestrahlung verzichten. Das muss man nicht immer direkt machen, so Strahlen. Die sind auch nicht immer so gut, wenn die Indikation nicht gegeben ist. Nicht jede Verletzung muss gleichzeitig auch radiologisch untersucht werden. Hier hatten wir keinerlei Anlass bzw. keinerlei Symptome bei der Patientin, sodass ich hier auf eine Bestrahlung verzichten wollte und erstmal abwarten wollte, wie sich die Patientin in der nächsten Zeit verhält. Was machst du immer im Lager? Du arbeitest im Büro, nicht im Lager. Ich verstehe es nicht. Achso, ich habe Bestellungen überprüft. Ich hatte eine Bestellliste und wollte gucken, ob das tatsächlich so geliefert wurde und wie das alles verstaut wurde und kontrolliert. Ja, aber doch nicht andauern, das ist doch seine Aufgabe. Ja, aber du hast doch gesagt im Lager, dass da ständig Sachen wegkommen oder zu wenig geliefert. Na gut, okay. Ja, wenn soll ich denn eine Firma später übernehmen, wenn ich nicht mal zwischendurch Sachen kontrollieren kann? Ja, ist gut, dann erzähl jetzt einfach nochmal, wie es war. Also für uns reicht das hier medizinisch auf jeden Fall. Frau Schuster, sobald es schlimmer werden sollte, sagen Sie bitte den Kollegen Bescheid oder beziehungsweise dem Klinikpersonal. Ja. Herr Mund, Sie schauen auch immer so leidig rein. Leiden Sie mit? Bei mir ist alles vollkommen okay. Es war nur der Schock und so, wie schnell das ging. Der Schock? Sicher? Ja, alles gut. Nee, nee, alles gut. Okay, wunderbar. Ich habe bemerkt, dass der junge Mann sehr auffallend still war. Die ganze Zeit tappte von einem Bein aufs andere. Aber er wollte auch die ganze Zeit dabei sein. Und ja, was das Ganze auf sich hatte, das haben wir erst später erfahren. Mitarbeiter David hat erst kürzlich einen schweren Gabelstaplerunfall in der Firma verursacht und könnte vielleicht auch etwas mit dem jüngsten Unglück zu tun haben. Als der Arzt den Zustand von dessen Kollegin Ida erneut kontrollieren will, kommt er dem Geheimnis des Mannes nach und nach auf die Schliche. Da war auch noch jemand dabei, der Herr Mund. Ja, ja. Also quasi der Kur hier nach. Ja, der hat leider immer noch. Ja, Sie haben ja, ich hoffe, dass Sie noch mehr Verpackungsmaterial bei sich in der Firma haben. Es ist ja jetzt schon mittlerweile einiges hier. Aber die Hauptsache ist ja, dass es Ihnen besser geht. Ich habe gesehen, die Infusion ist anscheinend durchgelaufen. Ja, ja. Okay, wunderbar. Es geht nämlich um Folgendes. Wenn jetzt keine Symptome dazugekommen sind, dann heißt es, Frau Schuster, dass Sie eigentlich nach Hause gehen können. Wichtig dabei ist aber nur, sollten Symptome auftreten und da bitte auch die ersten Symptome schon ernst nehmen, denn Sie haben höchstwahrscheinlich einen ordentlichen Bums abbekommen. Also eine richtige Gehirnerschütterung und die kann natürlich auch dazu führen, dass Sie lichtempfindlich sind eventuell, Schwindelgefühle haben, Übelkeiten entwickeln, sich vielleicht sogar übergeben müssen. Und das Symptome, die müssen Sie ernst nehmen und dann direkt auch wieder zu uns kommen. Ansonsten denke ich mal, das ist mit ein bisschen Schonung und dass Sie sich vielleicht ein bisschen ausruhen und schlafen. Ja, das ist super, dass ich dich sehe, was so hier passiert. Ähm, ja, ähm, haha, frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten ist relativ. Ne, ähm, das ist ein kleiner Fauxpas. Ja, das nächste Fauxpas, was ich dir sagen kann, das wird hier gerade auf der Herrentoilette gefunden, hier bei uns auf der Besuchertoilette. Da ist alles voller Wut gewesen, es ist alles voll. Also ich weiß nicht, habt ihr hier einen Patienten gehabt, der euch abhanden gekommen ist? Ja, also ich habe jetzt gerade nochmal geguckt gehabt bei den Aufnahmen. Ihr wisst auch nichts, oder? Ob jemand da war, der von selbst wieder gegangen ist? Ja. Also wie das da aussieht, ohne Witz, ne? Also demjenigen geht es echt nicht gut und nicht, dass der abgehauen ist. Ich meine, wir müssen überlegen, das ist jetzt auch nicht gerade wenig, ne? Ja, aber warte mal. Ja, dann muss man die Toilette sehen, die sieht richtig aus wie Sau. Also das ist jetzt wirklich nur... Ne, das erkenn ich aber, warte mal, und hier sind auch noch nämlich diese Kügelchen. Ja, die sind ja auch. Ja. Unsere ganze Notaufnahme war von diesen Styroporkügelchen eingekleidet, aber sie waren eben auch in diesem Papier, beziehungsweise in der Nierenschale. Zudem habe ich diese Taschentücher mir mal genauer angesehen und da war ein Muster zu erkennen, welches die Frau Schuster bei der ersten Behandlung schon sich selber auf den Kopf gedrückt hatte. Ja, ich meine, das ist das Verbandsmaterial aus der Firma hier von der Frau Schuster, das Verbandsmaterial in Anführungszeichen. Das ist ja unsere Taschentücher. Ich hab dir ein paar Gummibächen. Ach, danke. Herr Munz. Ja? Sie kommen ja auch gerade von da her, ne? Ja, ja. Ist Ihnen ein Patient aufgefallen, der vielleicht eine Blutung hat? Nein. Nein, nein. Nichts aufgefallen. Nichts aufgefallen? Haben Sie niemanden die Taschentücher geliehen oder sowas? Ne, das ist sicher. Die gibt es ja überall zu kaufen. Sind Sie sich da wirklich sicher, Herr Munz? Sie sind ja vorhin auch schon ganz schön rumgezappelt. Sagen Sie es lieber, ich muss Ihnen ja nichts peinliches sagen. Nein, alles gut bei uns. Was ist denn das da unten? Wo? Bei uns, was ist denn das? Nichts sicher. Frau Schuster, wo schauen Sie denn hin? Ja, aber ich wundere mich doch gerade, was ist denn jetzt? Also, was ist denn das jetzt? Also, wenn Sie jetzt damit was zu tun haben, die Toilette sieht aus wie Sau. Also, ich denke mir, der Doktor sollte unbedingt mal raufschauen. Also, es geht jetzt nicht darum, dass die Toilette dreckig ist, sondern wir wachen uns dann weg. Die Schwester, die konnte massiv nicht besorgen dann. Und ich möchte jetzt auch endlich mal wissen, was hier los ist. Was soll denn das? Wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Sollen wir mal schauen? Ja. Die blutigen Taschentüche auf der Toilette von Herr Muntz, die Styroporkugeln, sowie der Fleck an dem Overall. Ja, das alles waren Indizien, da muss man nicht Sherlock Holmes sein. Mir war sofort klar, der Mann braucht hier medizinische Hilfe, deswegen wollte ich nicht länger warten, habe ihn direkt mitgenommen in den Schockraum. Okay, Herr Muntz, ganz kurz für mich. Ist das jetzt ein Resultat vom Unfall? Nein, nein. Die Probleme waren nicht schon länger, oder? Das hat mit dem Unfall nichts zu tun. Das war eben auf Toilette. Ich war so aufgeregt und sowas. Und wie es hier geht. Und ja, beim Hochziehen schnell, habe ich mir das irgendwie eingeklemmt, oder so. Ja gut, ich heiße nicht, oben haben wir hier diese Knopfleiste und unten ist ein Reißverschluss. Ja gut, okay, das kann auch schon mal passieren. Es kann sein, dass ein bisschen kurz wehtut. Ich gucke mir das Ganze ganz normal an. Ich bin kein Urologe, aber eine Ersteanschätzung kann ich auf jeden Fall abgeben, okay? Okay. So, dann schauen Sie am besten mal woanders hin. Damit, okay, dann schauen wir uns das Ganze mal so ein bisschen an. Ja gut, Herr Munster, es ist eine freie Blutung. Das haben Sie sicherlich auch versucht, mit Ihren Bienchentettenputaschentüchern zu stillen. Ich meine, da hatten wir ja schon das Corpus Delicti. Damit habe ich Sie ja eigentlich überführt, aber... Ja, ich dachte, das geht sicherlich schon wieder weg. Das geht schon sicherlich wieder weg. Sie haben eine Frenolumstruktur. Also das Penisbändchen sozusagen ist hier, ich kann doch nicht ganz beurteilen, ob das angerissen ist oder tatsächlich richtig abgerissen ist. Man sieht auch, das blutet auch ziemlich stark nach. Das bringt hier gar nichts zu. Das ist so eine frische Kompresse für mich. Das muss urologisch richtig in einem kleinen Eingriff operiert werden. Okay. Das muss einmal das Blut gestillt werden und zum anderen muss man gucken, ob dieses Bändchen, dadurch, dass das jetzt hier eingerissen ist, in seiner Gänze überhaupt so erhalten bleiben kann oder sollte. Weil wenn es zu Vernarbungen kommt, verkürze ich das immer weiter und dann kann das auch schon zum Beispiel beim sexuellen Akt oder so einreißen. Aber so kann wieder alles, ist wieder funktionstüchtig sein. Naja, ich sag mal so, Sie haben es ja anscheinend ja hier in Styropor relativ weich gelagert, um das mal scherzhaft zu formulieren. Nee, das ist eine ernste Sache. Das ist fast schon urologisch in Anführungszeichen Notfall. Das muss direkt versorgt werden. Sie haben hier eine potenzielle Infektionsquelle auch. Ich sag mal so, die Funktionstüchtigkeit des Penis ist in der Form nicht direkt eingeschränkt. Trotzdem muss das versorgt werden unter lokalem Anästhetikum. Danach wird es halt vernünftig urologisch versorgt. Und ich sag mal so, wenn Sie die Leistengegend in den nächsten zwei bis drei Wochen schonen, dann verheilt das wieder von der Beine. Aber trotzdem muss dafür einen Grund geben. Ich lass das mal so stehen jetzt mit dem Hosenstall. Können Sie das mal bitte draufdrücken? Und Nicole, ich mach mal einen Termin klar. Ich gucke mal den Urologen an. Ich glaube, der Racho müsste Dienst haben. Normalerweise gehen wir immer davon aus, dass die Patienten uns die Wahrheit erzählen. Im Fall von Herrn Munz war mir relativ schnell klar, dass die Geschichte mit dem Reißverschluss und dem akuten Trauma hier bei uns auf der Toilette so nicht stimmen kann. Ich glaube eher, dass das was David zu tun hatte mit dem Unfall im Logistikunternehmen. Das war aber jetzt erstmal komplett zweitragig, denn der Mann, der braucht jetzt erstmal urologische Hilfe. Das gerissene Penisbändchen wird daher schnellstmöglich behandelt. Davids Chefin und deren Tochter Ida dürfen kurz nach dem Eingriff zu ihm. Als Ida an Davids Krankenbett auffallend besorgt, dessen Nähe sucht, geht ihre Mutter der unerwarteten Vertrautheit sofort auf den Grund. Ähm, jetzt mal hier, Butterbeutelfische, was ist denn hier los? Hm? Wieso? Was ist denn? Ich bin, also, ganz blöd bin ich auch nicht, ne? Was ist denn hier los? Ja, also, wir sind schon seit längerem zusammen und, also, der Unfall ist nicht ganz so passiert, wie ich erzählt habe. Sondern, also, wir haben uns halt im Lager getroffen. Im Lager? So. Und, also, das Regal ist nicht umgefallen, weil ich da gehe, also, weil ich es runtergezogen habe, sondern wir sind halt dagegen. Ja, wir würden den Karton, der ist ein bisschen sperrig und da wollten wir den gemeinsam hoch und da kamen wir uns dann wieder näher. Und dabei ist das passiert? Jetzt ist mir nämlich auch einiges klar. Darf ich vielleicht ganz ehrlich sein? Herr Munz, ähm, dieser Toilettenunfall, den Sie mir da beschrieben haben in der Notaufnahme, den können wir dann ja auch eher in das Reich der Farbegeschichten sortieren. Ähm, dann ist das wahrscheinlich doch eher bei dieser Hilfe im Lager passiert, oder? Ja, das war eine Notlüge, das ging nicht anders und, äh, ja. Also, ich muss aber sagen, ich verstehe Sie da, Herr Munz. Ähm, bei der Tochter der Chefin wäre ich vielleicht auch etwas subtiler, ja. Und wir sind ja auch Kollegen und ich wollte ja auch nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich mich irgendwie hochschlafen möchte oder so. Und gerade neulich, wo ich den Stand hingelegt habe mit dem Gabelstapler, würde ich das jetzt ein bisschen ruhiger angehen und so. Mama ist auch nicht besonders entspannt, wenn es mir sowas geht. Also, naja, gut, aber ich mal ganz im Ernst, ne? Jetzt hast du rausgeschmissen. Ja, aber das waren auch, also jetzt mal, aber gut, okay, darüber reden wir jetzt nicht, das ist, äh, Schnee von gestern. Aber, Herr Doktor, was mache ich denn jetzt mit den beiden hier? Ich weiß gar nicht. Mein Gott, was sollst du denn machen? Sie sind doch beide erwachsen, meine Güte. Ich hoffe, Sie schmeißen mich nicht raus. Wir gehen nicht mehr nicht weiter. Okay? Also, Frau Schuster, aus medizinischer Sicht, ähm, sage ich erst mal so, ähm, die Kollegen werden Ihnen das nochmal richtig erklären, wie die weitere Versorgung aussieht und die dementsprechende Nachsorge. Für die nächsten drei Wochen, Frau Schuster, kann ich Ihnen aus medizinischer Sicht empfehlen, vielleicht die beiden Parteien etwas zu separieren, ähm, was die Leistengegend angeht. Und, ähm, im Gegensatz, äh, bei Ihnen, Frau, ähm, Frau Schuster, da geht es darum, die Infusionsnadel oder den Zuhörn, die kriegen Sie noch raus, ne? Ja. Das macht die Schwester gleich und es sind ja keine Symptome da zugekommen, außer vielleicht ein paar Schmetterlinge im Bauch, aber die haben nichts mit der Gehirnerschütterung zu tun, ne? Ja, und die Röte, die, glaube ich, kommt auch woanders, ja. Herr Munz und bei Ihnen, ich wünsche Ihnen alles Gute, das verheilt auch, ich kann Ihnen da jetzt auch eine relativ gute Prognose geben, aber Sie bleiben natürlich mindestens den nächsten Tag hier noch, dann wird sich das nochmal angeguckt, Sie bekommen auch Medikamente, dementsprechend leichte Schmerzmittel. Okay. Und dann zur Nachkontrolle geht es dann zum niedergelassenen Kollegen der Urologie. Und jetzt, Frau Schuster, gehören die beiden Ihnen und dann können Sie weiter fortfahren. Sexunfälle hier bei uns in Notaufnahme sind gar nicht so selten, wie man das meinen mag. Häufig sind die Patienten mit einem relativ hohen Schamgefühl aber belastet. In diesem Fall muss man sagen, Glück im Unglück, dass nicht ganz so viel passiert ist, generell auch von einer anderen Ebene muss man auch sagen, auch beruflich kann das sogar im schlimmsten Fall zu einer Kündigung führen. Das verletzte Penisbändchen des Patienten verheilte erwartungsgemäß und auch die Tochter seiner Chefin erholte sich schnell von ihrer leichten Gehirnerschütterung. Deren Mutter hat den 29-jährigen David trotz des Sexunfalls nicht gekündigt und das frisch verliebte Paar verzichtet fortan auf private Vergnügungen am Arbeitsplatz. Der incluschluss ist eine aunte Frage mehr beim 500-兒isch. Bis zum nächsten Mal.